Willkommen zum zweiten Teil des Kapitels Differenzerfahrung und Artefakte. Im ersten Teil ging es um Differenzerfahrung als solches. Was ist das eigentlich? Und wir haben ein paar einfache Beispiele dafür kennengelernt. Und jetzt soll es um die Artefakte gehen und wir werden uns darum bemühen müssen, was das eigentlich ist. Ich habe es schon gesagt, also Perspektivenwechsel arrangieren, das ist wirklich sehr passives Verhalten in der Umwelt. Meistens wird das so nicht gehen. Man muss sich aktiver verhalten. Man muss Teil der Umwelt werden, muss in der Umwelt handeln. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man einfach etwas ausprobiert, zum Beispiel mal so eine Pflanze isst und guckt, ob man stirbt. Das ist aber für uns jetzt nicht so die Variante, die für uns jetzt interessant ist, sondern für uns interessant ist dieser zweite Teil, der unten steht, Artefakte als ein Mittel zur Differenzerfahrung. Das heißt, ich mache die Differenzerfahrung nicht mehr selber oder nicht mehr ganz direkt selbst. Das war oben der Fall. Also wenn ich eine Perspektive wechsle, dann kann ich dann die Differenzerfahrung direkt machen. Wenn ich etwas arrangiere, kann ich dann die Differenzerfahrung direkt machen. Auch bei der Pflanze wäre das noch so. Also wenn ich sie esse und vielleicht geht es mir dann nicht so gut, dann mache ich die Differenzerfahrung direkt, nicht irgendwie vermittelt über ein zusätzliches Artefakt, was eine vermittelnde Rolle einnimmt. Aber was ist das überhaupt, Artefakt? Der Begriff Artefakt, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, den gibt es nämlich häufig, der wird relativ oft verwendet, aber in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Also häufig wird in der Informatik der Begriff Artefakt zum Beispiel dafür verwendet, um etwas auszudrücken, dass es etwas gibt, was nicht intendiert war. Also bei Kompression zum Beispiel gibt es Kompressionsartefakte. Dass zum Beispiel um eine Linie herum noch so ein Gekussel oder sowas dargestellt wird. Das kennt man manchmal bei schlechten JPEG-Bildern. Das würde man Artefakt nennen. Diese Begrifflichkeit ist allerdings nicht die, die uns interessiert, sondern wir verwenden eher einen Artefaktbegriff, den man so auch in der Anthropologie findet, also in der Menschheitsgeschichte. Ausgrabung. Wenn ihr an Ausgrabungen denkt und die Leute machen Ausgrabungen irgendwo im Feld und finden dann zum Beispiel eine Vase, dann ist diese Vase ein Artefakt. Ein Artefakt ist ein Gegenstand, der entweder von Menschenhand künstlich hergestellt oder aber für einen menschlichen Zweck verändert wurde. Das ist die Definition, die sich so auch in der Wikipedia findet. Das ist genau die Definition, die wir brauchen. Manchmal ist es nicht so einfach zu sagen, was ein Artefakt ist und was nicht. Also es gibt eindeutige Artefakte. Ich habe eben von der Vase gesprochen. Häuser, Straßen, Stifte, Computer sind natürlich alles Artefakte. Da besteht überhaupt gar keine Frage, dass das Artefakte sind. Es gibt andere Dinge, die sind in der Regel keine Artefakte, wie zum Beispiel Bäume, Blumen oder Vögel. Warum nicht? Was heißt Artefakt, wenn man das als Wort sich mal überlegt? Also das kommt ja von Artis, also Kunst, Kunst, künstlich und Fackere machen. Also etwas künstlich gemachtes, von Menschenhand hergestellt oder verändert, wie es die Definition auch sagt. Naja und Bäume, Blumen und Vögel, für die gilt das in der Regel nicht. Das sind Objekte der Natur, die es in der Natur gibt und die würden wir nicht unbedingt als Artefakt bezeichnen. Da gibt es aber Ausnahmen zu, denn da ja hier oben steht, auch für den menschlichen Zweck verändert. Naja, es kommt also ein bisschen darauf an, wie man Gegenstände verwendet, ob man sie Artefakte nennen kann oder nicht. Das kann man sich an dieser Kastanie hier gut klar machen. Da rechts, da liegt die Kastanie irgendwie auf dem Asphalt. Der Asphalt ist eindeutig ein Artefakt, da besteht überhaupt gar keine Frage. Aber was ist mit der Kastanie? Kann die Kastanie Gegenstand von Differenzerfahrung sein? Natürlich. Also ich könnte die Kastanie, also ich kann die Kastanie sowieso beobachten und damit ist sie sowieso schon Gegenstand der Differenzerfahrung. Aber ich kann mich ja auch zum Beispiel fragen, ist die Kastanie auf der Rückseite vielleicht blau? Naja, dann muss ich sie hochnehmen und umdrehen. Dann ist sie Gegenstand der Differenzerfahrung, aber ist kein Artefakt. Das kann ich mit jedem Objekt machen, auch mit jedem Baum, mit jedem Vogel, wenn es mir gelingt, auf die andere Seite des Vogels zu gucken. Aber zumindest möglich ist es. Wenn ich ein Schmuckstück mache aus diesen Kastanien, ich nehme vielleicht mehrere Kastanien, mache da so ein Band durch und hänge mir das hier so um den Hals. Im Kindergarten kann ich mich erinnern, haben wir sowas mal gemacht. Dann sind diese Kastanien oder die einzelnen Kastanien, aber vor allen Dingen das Ganze zusammen auch, das ist auf jeden Fall ein Artefakt, denn das ist ja von Menschenhand hergestellt worden dann für einen Zweck. Und der Zweck muss jetzt nicht unbedingt ein rationaler Zweck sein, das kann auch tatsächlich Schmuck sein. Das ist auch auf jeden Fall ein Artefakt. Wenn ich die Kastanie nutze, um sie auf jemanden zu werfen, jetzt habe ich den Nachteil, dass hier keiner sitzt, sonst könnte ich ja sagen, da vorne schläft jemand in der Vorlesung und ich nehme die Kastanie und werfe die, um denjenigen aufzuwecken, dann ist die Kastanie auf jeden Fall auch ein Artefakt und ein Artefakt, was sich zu einem bestimmten Zweck verwendet hat. Man könnte sagen, die Kastanie wird dann zu einem Werkzeug. Auf diese Kastanie kommen wir nochmal zurück im nächsten Video, weil wir der Kastanie auch noch eine weitere Rolle angedeihen lassen können, die wir jetzt an der Stelle vielleicht mal noch außer Acht lassen wollen. Aber Artefakt kann sie auf jeden Fall sein, die Kastanie. Potenziell kann alles zum Artefakt werden. Ja, Artefaktentwicklung. Artefaktentwicklung ist in der Menschheitsgeschichte, immer wenn ich Anthropologie sage, meine ich das, Menschheitsgeschichte, etwas ganz Wichtiges. Guckt euch mal diese Einstellung hier an, diese Darstellung aus einer Publikation, Spektrum der Wissenschaft, Leben und Kosmos von 1999. Da steht drüber, die Entwicklung von Intelligenz und dann ist da so ein langer Zeitstrahl abgebildet. Ziemlich langer Zeitstrahl. Also fängt an mit 1,9 Millionen Jahre vor Christus und endet 1993. Und müsste man natürlich heute auch noch nach hinten erweitern. Ja, zum Beispiel steht da kein Internet drin. Fällt mir gerade auf. Weil 1993 gab es das World Wide Web noch gar nicht. Internet war überhaupt nicht im Kopf der Leute. Aber gucken wir mal, was drauf zu sehen ist. Steinwerkzeuge, Felszeichnungen, Schrift, Münzen, Papier, also Papier und dann als nächstes gleich Buchdruckkunst. Astrolabium, also so ein Navigationswerkzeug, was man braucht. Galileisches Fernrohr, Huckisches Mikroskop, Dampfmaschine, Brücke aus Gusseisen, Computer von Charles Babbage, Flugzeug, Transistor, Nachrichtensatelliten. Alles Artefakte. Nur Relativitätstheorie und die Entdeckung der DNA-Struktur sind nicht direkt Artefakte, die da drin stehen, hängen aber stark damit zusammen, dass es Artefakte gibt und Artefakte brauchte, um darauf zu kommen. Vor allen Dingen bei der Entdeckung der DNA-Struktur. Das heißt, diese Darstellung, und da steht drüber Entwicklung von Intelligenz, liegt eigentlich nahe, dass die Entwicklung von Intelligenz des Menschen einhergeht mit der Entwicklung von Artefakten. Das ist eine interessante Perspektive. Man könnte ja auch sagen, naja, die Entwicklung von Intelligenz, das müssten irgendwelche Änderungen im Gehirn sein. Sind es natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich auch gewesen, aber schon seit Jahrtausenden ist das nicht mehr der Fall. Der Mensch entwickelt sich von seiner biologischen Ausstattung nicht mehr so wirklich weiter. Aber in Sachen Artefakte und in Sachen Umgang mit der Umwelt und mit den Artefakten etwas über die Umwelt herausfinden, entwickelt er sich extrem weiter. Das heißt, eine Entwicklung der Menschheit ist auch immer eine Entwicklung der Technik. Technikgeschichte ist Menschheitsgeschichte. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich. Und Artefakte, das sind ja alles Artefakte, spielen eine extrem, extrem wichtige Rolle. Was sind die Möglichkeiten von solch einem Artefakt, Mittel zur Differenzerfahrung zu sein, wie ich ja auch schon mal gesagt habe? Also ich sage jetzt nicht, das Artefakt ist Differenzerfahrung, das ist natürlich Unsinn, aber ich benutze das Artefakt, um Differenzerfahrung machen zu können. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel ein Artefakt als ein Instrument benutzen. Ein schönes Beispiel sind diese Darstellungen des Mondes von Galileo Galilei. Für die ist er ja, naja, hat er Schwierigkeiten gekriegt mit solchen Darstellungen. Er hat ja große Probleme mit der Kirche bekommen. Die Geschichte ist ja durchaus bekannt. Übrigens nicht dafür, dass er gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne, sondern vor allen Dingen dafür, dass er gesagt hat, darf ich denn, oder dass die Kirche infrage gestellt hat, darf man mit einem irdischen Instrument, also dem Fernrohr, in die göttliche Himmelsmechanik hineingucken. Das wurde eigentlich als das große Sakrileg angeguckt. Lassen wir die Kirche mal an der Seite und gucken mal, was konnte man denn mit diesem Fernrohr eigentlich herausfinden. Die Frage, die Galilei eigentlich sich stellte, war, wenn ich mir den Mond angucke, dann sehe ich ja eine Struktur. Da sehe ich ja, das ist ja nicht eine weiße Fläche am Himmel, sondern die ist ja unterschiedlich strukturiert. Und dann hat er sich gefragt, was ist das eigentlich? Sind das Farbunterschiede oder sind das Höhenunterschiede von einer beleuchteten Fläche oder einem beleuchteten Körper? Mit dem bloßen Auge kann man das nicht feststellen. Und wenn man da so drauf guckt, kann man nicht feststellen, ob das Helligkeitsunterschiede sind, also Helligkeitsunterschiede sind es auf jeden Fall. Man kann nicht feststellen, ob es Unterschiede in der Struktur sind oder in den Höhenverhältnissen. Hinfliegen konnte man nicht damals zum Mond. Das ging ja erst wirklich sehr, sehr viel später. Das ging ja erst Ende der 60er Jahre. Aber ein Fernrohr konnte man bauen. Und Galilei hat ein Fernrohr gebaut, um eine bessere Wahrnehmung des Mondes hinzukriegen. Er hat die Wahrnehmungsgranularität verändert. Er hat es also näher herangeholt und konnte dann viel kleinteiligere Strukturen sehen. Und was konnte er feststellen? Er konnte sehen, dass an der Kante, jetzt aus heutiger Sicht gesprochen, zwischen Schatten und Nichtschatten auf dem Mond, also zwischen dem dunklen Teil und dem hellen Teil, dass es da keine klare, gerade Kante gibt, sondern dass das so krüselig etwas ist. So wie wenn Schatten teilweise in Täler fallen, teilweise nicht, teilweise Bergspitzen noch beleuchtet sind, teilweise nicht. Das hat er dann aufgezeichnet, so wie man das hier sieht, und hat daraus geschlossen, es muss sich ja offensichtlich hier um Höhenunterschiede handeln. Denn wenn es einfach nur eine unterschiedliche Helligkeit oder Farblichkeit des Untergrundes da wäre, dann könnte man das nicht erklären, dass es dieses Phänomen gibt, diese Ungleichheit in den Kanten. Ja, ist das ein guter Beleg? Nein, es ist eigentlich nur ein Hinweis. Denn man könnte dem Galilei jetzt vorwerfen, und sowas wurde ihm natürlich auch vorgeworfen, dass man sagt, naja, deine Ungleichheit in der Kante, woher weißt du denn, dass die nicht durch dein Fernrohr kommen? Vielleicht liegt das an der Beobachtungsmethode. Ja, was kann man dann machen? Man kann weitere Fernrohre bauen, und man kann versuchen nachzuweisen, dass das Fernrohr solche Verzerrungen nicht verursacht. Und letztendlich muss man mal irgendwann dahin und muss sich das mal angucken. Das heißt, es ist weitere Differenzerfahrung nötig. Die Differenzerfahrung dieser Beobachtung ist nicht der Abschluss, sondern es ist höchstens der Anfang der Überlegung. Und dann gibt es immer weitere Differenzerfahrung, das einigermaßen systematisch und planvoll. Das nennt man dann Wissenschaft, Naturwissenschaft vor allen Dingen an dieser Stelle. Das ist ein Instrument. Das Fernrohr ist ein Instrument. Es gibt viele Instrumente, und Instrumente dienen immer dazu, etwas, was der Wahrnehmung so erstmal nicht zugänglich ist, dennoch wahrnehmbar zu machen. Und da habe ich hier einige Beispiele. Links unten eine Wärmebildkamera, an der man sehen kann, dass es hier an diesem Hause offensichtlich Probleme gibt mit der Isolierung in bestimmten Bereichen. Denn die Wand vorne ist ganz heiß. Rot bedeutet ja heiß. Heiß ist eigentlich nicht die richtige Ausdrucksweise. Warm ist es an der Stelle. Und zwar wärmer als die Umgebung. Das heißt, da haben wir offensichtlich ein Problem. Das kann man nicht einfach mal so sehen. Man könnte es versuchen, mit dem Thermometer zu messen, aber hätte nie diesen Überblick. Das heißt, die Wärmebildkamera ermöglicht es mir, etwas wahrzunehmen, was ich sonst nicht wahrnehmen kann. Oben ist ein Schallmessgerät. Schall kann man natürlich auch so hören. Aber um genau vergleichen zu können, wie laut ist es hier, wie laut ist es da, zu verschiedenen Zeitpunkten, brauche ich ein Messgerät. Und dieses Schallmessgerät überträgt ja die Lautstärke in einen Dezibelwert, also in eine Zahl, die ich da oben ablesen kann. Hier nicht abgebildet ist ein Geigerzähler. Ein Geigerzähler macht etwas wahrnehmbar, was für uns sonst überhaupt gar nicht wahrnehmbar ist, nämlich radioaktive Strahlung. Die kann man ja nicht sehen, die kann man nicht schmecken. Und wenn radioaktive Strahlung so stark werden soll, dass wir wirklich unmittelbar eine Differenzerfahrung spüren, dann müsste sie so stark sein, dass wir das nicht wirklich gesund überleben würden, wenn überhaupt. Also gibt es ein Instrument, was es mir ermöglicht, das doch wahrzunehmen. Unten das Stethoskop vom Arzt, da kann man Laute irgendwo aus dem Körper wahrnehmen, die sonst schlecht zu hören wären oder überhaupt nicht zu hören. Und was ist das da rechts? Das ist der Fuß von meinem ehemaligen Chef. Ich bin nicht schuld daran, dass das so aussah, aber er hatte sich da einem Bruch zugezogen und man sieht dann jetzt wieder, wie dieser Bruch behandelt wurde. Das ist ein Röntgenbild. Also mit dem Röntgenbild kann ich ja in den Körper hineingucken und kann Dinge sehen, die ich sonst gar nicht sehen könnte, wo ich kein eigentliches Sinnesorgan habe. All das ist Instrumentennutzung. Da reden wir über Instrumentennutzung. Eng damit zu tun mit der Instrumentennutzung hat die experimentelle Konstruktion. Also ich kann auch etwas experimentell konstruieren, um der Umwelt eine Information zu entlocken, die sie so im normalen Alltagsumgebungen nicht preisgibt. Auch wieder ein schönes Beispiel. Wir nehmen hier mal den Schiefenturm von Pisa, also mal wieder Galileo Galilei und da gibt es ja diese Legende zu, dass der Herr Galilei seinerzeit auf dem Schiefenturm von Pisa gestanden habe. Der stand auch damals tatsächlich schon schief, wenn vielleicht auch nicht ganz so schief wie heute. Aber jedenfalls sagte die Legende, dass er da oben auf dem Balkon gestanden habe und habe dann etwas fallen lassen. Und dabei habe er die Gesetze des beschleunigten Falls beobachtet, also die Fallgesetze, wie man heute dazu sagen würde. Diese Legende ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Unsinn. Denn, man muss sich da nur mal die Zahlen zu angucken, der Schiefenturm von Pisa ist 56 Meter hoch. Kommt ein bisschen darauf an, an welcher Seite man steht, aber wir sagen jetzt mal einfach hier 56 Meter, an der Stelle, wo er das hätte fallen lassen können. Bis unten hin hätte so ein Stein, wenn er da einen Stein runterfallen lässt, 3,4 Sekunden gebraucht und hätte unten beim Aufprall 120 kmh Geschwindigkeit gehabt. Und das soll der Herr Galilei jetzt angeblich im 16. Jahrhundert beobachtet haben, dass es da eine beschleunigte Bewegung gab. Das ist doch nicht möglich. Das ist ja heute so ohne weiteres nicht mal möglich. Was man da gebraucht hätte, wären ja Lichtschranken und ganz präzise Uhren, um festzustellen, wie viel Zeit hat der Stein von hier bis dort jetzt gebraucht. Einfach nur durch das Fallen lassen, kann man so eine wirklich präzise Beobachtung, die ja dafür notwendig ist, nicht machen. Das hat Galilei auch nicht getan, zumindest hat er es auch nicht beschrieben. Sondern was Galilei beschrieben hat, ist das Herunterrollen lassen einer Kugel auf einer schiefen Ebene. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was hat er da gemacht? Oder zumindest, was hat er da beschrieben? Er hatte beschrieben, dass er eine schiefe Ebene konstruiert hat, auf der er eine Rille hatte. Und in diese Rille hat er noch mit Samt ausgekleidet, sodass er eine Kugel da drin runterlaufen lassen konnte, mit möglichst wenig Reibung. Deswegen diese Sache mit dem Samt. Und dann hat er die Kugel runterrollen lassen und hat etliche Versuche gemacht und hat Bretter, also wirklich Holzstücke, so an Stellen gestellt, dass immer die doppelte Zeit gebraucht wurde. Also am Anfang hat er mal eine Kugel laufen lassen, von dem ersten Strich an, und hat die hier gegen dieses Brett laufen lassen. Und dann hat er gesehen, wie weit läuft die dann eigentlich bis zur doppelten Zeit und hat dann ausgetüftelt, wo muss das Brett hin, um dann doppelt so lange zu laufen und ist dann raufgekommen, das muss hier hin. So. Wie hat er das gemacht mit der Zeit? Es gab noch gar keine richtigen, guten Uhren. Richtig präzise Uhren kamen erst viel später auf. Wie hat er das trotzdem gemacht mit der Zeit? Er hat sich einer Wasseruhr bedient. Eine Wasseruhr, wie sie sich auf der rechten Seite so schematisch dargestellt, bedient sich schlicht und ergreifend des Prinzips, dass er eine Wasserversorgung hatte, die gleichmäßig Wasser lieferte. Also wo es nicht schwankte, nicht mal mehr, mal weniger, sondern gleichmäßig viel Wasser kam da raus. Und dieses Wasser hat er einfach in einem Gefäß aufgefangen. Und was er dann machen konnte, war die Menge des Wassers wiegen. Denn wiegen konnte man ziemlich gut. Denn es gab ja Handel. Und für den Handel brauchte man richtig präzises Wiegen. Das heißt, er hat die Zeit umgesetzt in Gewicht. Das heißt, das ist eigentlich ein Instrument, wenn man so will. Die Wasseruhr ist ein Instrument zum Messen der Zeit. Zeit direkt sehen kann man ja nicht. Aber man kann die Zeit wiegen, wenn man so will, wenn man sich dieser Konstruktion bedient. Damit konnte er feststellen, wann ist was doppelt so, wann bedeutet es doppelt so viel Zeit. Naja, und dann hat er seine Tricks da gemacht mit seinen Brettern, die er da draufgestellt hat. Und hat dann festgestellt, Aha, wenn man jeweils doppelt so viel Zeit braucht, oder nein, wenn man einmal so viel Zeit braucht, hat man diesen ersten Abstand. Beim doppelt so viel Zeit hat man den zweiten Abstand. Und bei dreimal so viel hat man diesen dritten Abstand. Und er konnte dann ein exponentielles Wachstum feststellen. So hat er es beschrieben. Es gibt heute ein bisschen Zweifel daran, dass das tatsächlich so funktioniert haben kann. Denn es haben auch Leute versucht, das nachzubauen heute. Und natürlich haben sie auch eine beschleunigte Bewegung festgestellt, aber nicht so schön genau wie Galilei das dann bei sich dargelegt hat. Das heißt, es liegt ein bisschen nahe, dass der Galilei seine Ergebnisse, also aus seinen Ergebnissen, die Ergebnisse optimiert hat. Also gesagt hat, wenn ich von allen Nebeneinflüssen mal absehe, müsste es so sein. Und dann seine Aufzeichnungen so angefertigt hat, dass sie dem entsprechen. Zumindest ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er das so gemacht hat. Das tut aber jetzt an dieser Stelle auch nichts zur Sache, denn das tut der Idee eines solchen Experimentalaufbaus keinen Abbruch. Also es ist hier ein Aufbau, ein Experimentalaufbau gemacht worden, um darzulegen, dass eine Fallbewegung beschleunigt ist. Warum eigentlich überhaupt die schiefe Ebene? Durch die schiefe Ebene hat er es langsam gekriegt. Also wenn er das einfach so hätte runterfallen lassen, dann hätte er auch mit der Wasseruhr oder mit irgendwelchen Brettern überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Es musste langsamer sein, deswegen die schiefe Ebene. Dies ist hier ein Aufbau aus einem Museum über Galileo Galilei. Eine andere experimentelle, ein anderes Experiment für eine schiefe Ebene. Es ist nicht nachgewiesen, dass Galilei das jetzt je so gemacht hat, aber solche Experimente sind hinterher gemacht worden und solche Gegenstände hergestellt worden, um diese beschleunigte Bewegung darstellen zu können. Das funktioniert hier ein kleines bisschen anders, nämlich so. Am Ende seht ihr hier, das ist ein Pendel. Das kann man also auspendeln lassen und man wusste schon, dass ein Pendel eine feste Frequenz hat. Also wenn man ein Pendel pendeln lässt, klar, die Amplitude wird immer geringer durch die Reibung mit der Luft, es wird also immer weniger weit ausschlagen, aber die Frequenz, mit der es pendelt, die ist dem Pendel selber zu eigen. Das ändert sich also nicht, auch wenn die Amplitude geringer wird. So, und dann sind auf dieser Ebene, da kann man wieder die Kugel drauf runterrollen lassen, sind so Glöckchen angebracht und jetzt lässt man die Kugel runterrollen und stellt diese Glöckchen, die sind verschiebbar, stellt die so ein, dass die immer dann läuten, wenn das Pendel in der gleichen Position ist, also zum Beispiel in seinem Mittelausschlag oder in seiner höchsten Auslenkung. Egal, man muss nur immer die gleichen nehmen und dann kriegt man es hin, dass man, wenn man die Kugel runterlaufen lässt, einen ganz gleichmäßigen Glockenschlag da bekommt und kann dann aber die Entfernungen zwischen den Glöckchen messen und kriegt dann auch raus, dass es sich hier offensichtlich um eine beschleunigte Bewegung handelt. Worum geht es also beim experimentellen Konstruieren? Ich konstruiere mir eine Situation, in der ich etwas beobachten kann, was ich in realistischen Gegebenheiten nicht beobachten kann, weil ich so viele andere Störeinflüsse habe. Vakuum zum Beispiel, also eine Vakuumglocke, um festzustellen, dass ein kleines Steinchen und eine Feder gleich schnell fallen, das ist auch wieder das Gleiche. Ich erzeuge eine Umgebung, die ich ja sonst in der Realität nicht hätte, Vakuum haben wir glücklicherweise ja hier nirgends, um diese Beobachtung überhaupt machen zu können. Das sind experimentelle Konstruktionen als Mittel zur Differenzerfahrung. Und als Letzte, die ich jetzt noch ansprechen möchte in diesem Video, sind formale Operationen. Hier kommen wir dem Computer ziemlich nahe, denn Computer macht ja auch formale Operationen, und zwar ausschließlich formale Operationen. Also was ist eine formale Operation, was ist ein Formalismus? Da können wir in ein Buch gucken von Sibylle Krämer, die das sehr schön aufgeschrieben hat, und die unterscheidet drei Begrifflichkeiten, die man sich mal so merken kann. Man kann die auch leicht anders formulieren, aber man sollte auf jeden Fall wissen, dass es, sagen wir mal, Unterschiede da gibt. Was ist ein Formalismus? Formalismus, sagt sie, ein Formalismus ist eine Schrift, deren Interpretation nur von der Form und Anordnung der Zeichen abhängt. Was ist das zum Beispiel? Na ja, wenn ich zum Beispiel aufschreibe 5 plus 9, dann ist das eine Schrift, eine Art etwas aufzuschreiben, und die Interpretation von 5 plus 9 hängt nicht davon ab, wofür diese Zahlen stehen oder irgendwie sowas, sondern es hängt nur davon ab, was das für Zeichen sind und in welcher Reihenfolge diese stehen. Also 5 plus 9 bedeutet in dieser Logik, in diesem Formalismus ja etwas anderes als 5 9 plus. 5 9 plus würde in dem normalen Formalismus der üblicherweise in Infix-Notationen geschriebenen Mathematik gar nichts bedeuten. Also das ist ein Formalismus. Dann gibt es den Begriff Kalkül. Kalkül ist ein Satz von Regeln, die man auf diesen Formalismus anwenden kann. Das wären jetzt hier die Rechenregeln. Also ich kann, es gibt bestimmte Regeln, die ich anwenden kann, auf so eine Zeichenkette von Zeichen, die wir hier gehabt haben gerade. Es müsste übrigens nicht Zeichen sein im Sinne von Ziffern. Es könnten auch Striche sein oder sonst etwas. Das ist eigentlich egal. Dann gibt es den Begriff Algorithmus. Und Algorithmus könnte man dann sagen, ist die formale Definition einer Strategie zur Lösung eines Problems. Das heißt, in einem Algorithmus wende ich das Kalkül auf eine selbst wieder formal bestimmte Art und Weise an. Wir können uns das jetzt mit den Rechenregeln klar machen. Das haben wir ja schon gesagt. Also Rechenregeln beziehen sich auf die Formen und Anordnung der Zeichen und nicht wofür sie stehen. Sie sind also ein Kalkül. Das Formalismus ist, wie ich die Rechnung aufschreibe und der Algorithmus ist die Art und Weise, wie ich rechne. Also schriftliches Dividieren, schriftliches Multiplizieren, schriftliches Addieren, das kann man als Algorithmus aufschreiben. Denn das ist auch wieder eine ganz formale Art und Weise, wie ich damit umgehen kann. Wieso ist das eigentlich ein Mittel zur Differenzerfahrung, das Ganze? Ich habe es gerade gesagt und es steht so intern hier drin, dadurch, dass bei der Rechnung egal ist, wofür es steht, ist es eigentlich ein Mittel zur Differenzerfahrung. Man sagt ja auch, Formalismen, oder kann man formulieren, dass man sagen kann, Formalismen sind sinnfrei. Das heißt, ich muss nicht über den Sinn nachdenken, um den Formalismus richtig anzuwenden. Und deswegen sind sie Mittel zur Differenzerfahrung. Denken wir zurück an den Herrn Wittgenstein, der sagte, ich muss an etwas Unabhängiges appellieren. Das heißt, das Ergebnis der Berechnung, das Ergebnis des Formalismus, des Algorithmus, muss unabhängig sein von dem, was ich für eine Vorstellung habe darüber. Und das ist bei Rechnungen der Fall, weil die Rechenregeln von meinen Vorstellungen darüber unabhängig sind. Ein schönes Beispiel ist dieses hier rechts. Das ist diese typische Erzählung, die immer vorgebracht wird mit den Reiskörnern auf dem Schachbrett. Auf einem Feld ist ein Reiskorn, auf dem nächsten zwei, auf dem nächsten vier, auf dem nächsten acht und dann 16. Es sind also immer doppelt so viele Reiskörner auf dem nächsten Feld. Und dann kann man ausrechnen, wenn man das so durchgeht, dass das Unmengen Reiskörner sind, die auf diesem ganzen Schachbrett Platz finden müssen, dass es sogar mehr Reiskörner sind, als es überhaupt Atome in der Umwelt gibt. Gut, das konnte man natürlich erst rausfinden, als man wusste, wie was Atome sind und wie viele es gibt. Aber, dass man auf jeden Fall nie so viele Reiskörner bereitstellen wird können. Und das kann man durch die Berechnung herausfinden. Aus der Vorstellung heraus, daraus zu finden, ist schwierig. Exponentielles Wachstum ist schwer vorstellbar, obwohl wir jetzt gerade in diesen Tagen ja vielleicht eine gewisse Vorstellung davon leider gewinnen müssen. Rechnungen ermöglichen Differenzerfahrung, weil das Ergebnis unabhängig von der Erwartung des Rechnenden ist. Das ist eigentlich das, was man hier mitnehmen muss. Das bedeutet natürlich, dass wenn ich so einen Formalismus habe und so einen Kalkül darauf anwende und einen Algorithmus habe, dass es jemanden gibt, der eine Interpretation machen muss. Und man kann ziemlichen Unsinn dann machen. Gucken wir uns mal diese beiden Beispiele an. Der 13-jährige Peter kauft fünf, die nach vier Schulhefte für je 4,30 Euro. Jetzt ist es nur eine Aussage. Jetzt steht hier überhaupt gar keine Frage. Was will man eigentlich wissen? Wenn jetzt jemand hier ausrechnet und sagt, oh ja, sind ja viele Zahlen drin und ich rechne die mal alle und multipliziere die alle miteinander und sage 13 mal 5 mal 4 mal 4,30 Euro gleich 1.118 Euro. Ja, was ist das? Das ist Unsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Aber gerechnet ist es richtig. Es wurde nicht an dieser Stelle falsch gerechnet. Es wurde Rechenregeln angewandt, also ein Kalkül verwendet, der etwas ausgerechnet hat, was überhaupt gar keine Relevanz in der Wirklichkeit hat. Gucken wir unten. Ein Apfel plus drei Birnen. Man sagt immer, Apfel und Birnen kann man nicht vergleichen, was irgendwie Unsinn ist. Natürlich kann man die vergleichen. Vor allen Dingen kann man sie auch addieren. Man kann dann sagen, wenn ich ein Apfel und drei Birnen addiere, dann kriege ich vier Obste oder vier Stücke Obst. Kein Problem. Also dieser Formalismus der Addition, das Kalkül, was dahinter steckt, das kann man verwenden an dieser Stelle. Ich kann Obste addieren. Aber wenn ich so etwas habe wie ein Kubikmeter Ammoniak und drei Kubikmeter Luft, dann kann ich nicht ausrechnen, dass ich vier Kubikmeter Gasgemisch habe, sondern was ich dann kriege, ist ein kaputtes Labor. Das fliegt mir nämlich um die Ohren. Das geht kaputt. Gut, warum kann ich das nicht machen? Ich kann es natürlich machen. Ich kann natürlich ausrechnen, eins plus drei gleich vier. Nur, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe den falschen Satz von Kalkülen angewendet, um dieses Problem zu lösen. Was ich ja nicht hätte machen müssen, ist, ich hätte einen anderen Satz von Rechenregeln, einen anderen Satz von Umformungsregeln haben müssen. Und den gibt es ja auch. Es gibt ja in der Chemie andere Regeln, wie man was ausrechnen kann, was passiert, wenn man bestimmte Stoffe zusammentut. Die hätte ich hier an dieser Stelle anwenden müssen. Das heißt, der Formalismus, eins plus drei gleich vier, und die dahinterstehenden Rechenregeln, also das Kalkül, sind nach wie vor korrekt. Sie haben nur nichts an dieser Stelle hier damit mit der Realität zu tun. Die Differenzerfahrung, die ich dann höchstens noch machen kann, ist genau das, nämlich, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Fassen wir zusammen, Differenzerfahrung. Wir haben jetzt diese ganz einfachen Formen der Differenzerfahrung in dem ersten Video gehabt, und jetzt welche, die auf Mittel zur Differenzerfahrung basierten, also auf Artefakte, oder im Sinne bei dem Formalismus kann man nicht nur richtig vom Artefakt sprechen, sondern auf so Techniken, mit denen man Differenzerfahrung machen kann. Das sind aber beides Mittel zur Differenzerfahrung. Was ist das Wichtige dabei? Wichtig ist immer, dass ich etwas hervorbringen muss, was ich wahrnehmen kann, und diese Wahrnehmung kann ich dann mit meiner Annahme darüber vergleichen. Das gilt für all diese Fälle. Es gilt sowohl für das einfache Ändern von Perspektiven auf Dinge, als auch bis hin zu den Berechnungen. Ich muss etwas erzeugen, was der Wahrnehmung zugänglich ist. Deswegen rechnet man üblicherweise überhaupt nur. Wenn ich das schon ohne Berechnung alles sehen könnte, dann brauche ich nicht zu rechnen. Aber wenn ich rechne, dann mache ich etwas sichtbar, was in den Zahlen, die alle da reingekommen sind in die Berechnung, an sich so noch nicht sichtbar gewesen ist. Wichtig ist, Differenzerfahrung muss immer, immer das Potenzial einer Überraschung bieten. Es kann natürlich sein, und vielleicht ist es auch häufig so, dass die Annahme, die ich mache, stimmt. Aber es muss immer die Möglichkeit geben, dass es nicht stimmt. Wenn das nicht so ist, wenn ich eine Überprüfung machen möchte, bei der nicht herauskommen kann, dass es nicht so ist, dann ist das kein Mittel zur Differenzerfahrung, dann kann ich auch keine Erkenntnisse gewinnen aus dieser Überlegung oder aus dieser Beobachtung. So viel zu diesem Video, und jetzt im nächsten Video machen wir noch mal weiter mit Artefakten, aber in einer ganz besonderen und für uns auch wichtigen Rolle. Vielen Dank.